Am Auto sollte kein Ding sein. Wir haben ein Buggy. Ich fahre mit einem Buggy, Alter. Easy, Alter. Jetzt, die erste. Ganz links. Boah, jetzt sind schon ganz schön viel. Wir sind auch hier mal in 5.0 gegen 7.0. Wir brauchen keine Ahnung, wir brauchen trotzdem jeden die 7.0. Ja, so ein K-Pferd. Hat irgendeinen einen Sniper? Nee. Dann gehört der 8 Versuch an mir. Nice. Ich würde sagen, ihr fahrt mit dem Dacia, ich fahr mit dem Buggy. Ja, so war schneller, das eigentlich ist ja. Och nee, wo der... Ich fahr doch schon mal vor. Ich fahr doch schon mal vor. Ja. Ich hab den Dacia, schau. Ja, warte. Ich fahr mal vor zugegeben. In der Bombenzone bin ich noch nie verregt. 12 Sekunden später. Let's go. Ah, ich schon. Zweimal. Ich auf. Okay, genau ist genug. Wie geil, okay. Wir wollen Sankar retten. Und dann holen wir Bid. LUL. Oh, jetzt ist schon... Jetzt ist schon tot vor. Ja, das hat erst mal jetzt aufgenommen, ne? Ja. Ja. Ich hol. Ich holen... Dann holen wir... Dann holen wir...